Und hallo YouTube und willkommen zur ersten Folge der keltischen Mythologie. Und als erstes Thema kam von euch der Vorschlag, mit dem Schöpfungsmythos der Kelten zu beginnen. Das Problem dabei ist aber, dass uns tatsächlich kein keltischer Schöpfungsmythos mehr überliefert ist. Natürlich kann man davon ausgehen, dass die Kelten, ebenso wie andere indoeuropäische Kulturen und ihre Nachbarn, einen Schöpfungsmythos hatten und sich von den Druiden des antiken Galliens bis hin zu den Schotten und Ihren des frühen Mittelalters, die keltischen Stämme ihre Mythen über die Herkunft der Welt und ihrer selbst erzählten. Aber überliefert ist uns davon heute leider nichts mehr. Online finden sich zwar durchaus einige Vorschläge für einen rekonstruierten Schöpfungsmythos, von denen auch einige einfach als keltischer Mythos bezeichnet werden, aber sie alle sind moderne Schöpfungen. Der populärste davon, auf den ich gestoßen bin, scheint eine Geschichte zu sein, gemäß der eine Schöpfergöttin namens Aiocha zusammen mit Cernunnos die Welt und das Leben darin erschaffen. Aber das alles ist wirklich nur eine moderne Entwicklung, während der tatsächliche Mythos der Kelten für immer im Dunkeln der Geschichte verloren bleibt. Einige antike Autoren stellten aber durchaus Vermutungen zum Ursprung der Kelten an. Der Geschichtsschreiber Apios von Alexandria schreibt zum Beispiel, dass verschiedene keltische Stämme auf die Brüder Keltos, Illyros und Galates zurückgehen sollen. Diese drei waren bei ihm wiederum Söhne des Zyklopen Polyphem, der aus der Odyssee bekannt ist. Auf einen Riesen namens Keltos führt dagegen Dionysos von Halikarnassos die Kelten zurück, während Parthenios von Nikaia schreibt, dass der Stammvater der Kelten, auch bei ihm Keltos genannt, ein Sohn des Herakles wäre. Ob diese Beschreibungen von Römern und Griechen glaubhaft einen Abstammungsmythos der Kelten und einen Stammvaterglauben ihrer Stämme widerspiegelt, ist mehr als fragwürdig. Unwahrscheinlicher ist es, dass hier einfach nur römische und griechische Mythografen die Kelten in ihre eigenen mythischen Vorstellungen mit einbauen wollten. Am wahrscheinlichsten erscheint noch, dass Cäsar mit einer Anmerkung der Sache am nächsten kommt, der im Debello Gallico schreibt, dass die Gallier glauben, von einem Gott, den die Römer als Dispater bezeichnen, abstammen. Dispater ist dabei ein Name für einen Gott, der für die Gallier mehrfach erwähnt wird. Der römische Name Dispater ist ein alternativer Name für Pluto, der dem griechischen Hades entspricht. Der einheimische gallische Name dieses Gottes ist leider nicht mehr bekannt. Vermutungen sind aber, dass es sich bei Dispater um einen Gott der Unterwelt und der Toten gehandelt haben könnte und das den Vergleich mit Pluto herbeiführte. Aber auch viele andere Attribute, wie zum Beispiel ein Bezug auf die Erde oder Reichtum, könnten zu diesem Vergleich geführt haben. Eine mögliche Verbindung zu Dispater könnte aber auch der irische Gott Don sein, was so viel wie der Dunkle bedeutet. Auch dieser ist ein Totengott, aber auch er erscheint manchmal in Irland als ein Stammvater. Zwar sind Don der Stammvater und Don als Totengott nicht immer dieselbe Figur, aber immer wieder fallen sie beide zusammen und als Irland haben wir auch eine Geschichte, die einem Herkunftsmythos der Kelten noch am nächsten kommt. In diesem Werk wird beschrieben, wie Irland in sechs großen Invasionen von verschiedenen Völkern und schließlich auch von den Kelten besiedelt wird. Auch dieses Werk wurde erst lange nach der Christianisierung verfasst. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von verschiedenen mythischen, pseudohistorischen und legendären Texten aus dem 12. Jahrhundert, von denen die Ältesten bis auf das 9. Jahrhundert zurückgehen und von verschiedenen Autoren verfasst wurden. Klar ist dabei, dass bei dieser Sammlung versucht wurde, Mythen und Legenden Irlands mit dem christlichen Kontext der biblischen Geschichte und des christlichen Weltbilds zu vereinen und so eine Geschichte von Irland zu erschaffen, die beide Seiten vereint. So beginnt das Buch der Landnamen von Irland auch mit einer Beschreibung der biblischen Schöpfung und des Paradieses. Die Erzählung gibt dann weitere Ereignisse der Bibel grob wieder, aber es wird auch auf die frühe Geschichte der Gälen, der Vorfahren der Iren, eingegangen. Dieses Volk trägt auch noch den alternativen Namen Skoti, den sie von Skota, der Tochter des Pharaos, haben. Sie hatte nämlich Niul, den Sohn des gälischen Königs Phenius Pharsa, geheiratet. Dieser König war auch beim Turmbau von Babel und der Spaltung der Sprachen anwesend gewesen und sein anderer Sohn, Gwithal Glas, soll bei diesem Ereignis die gälische Sprache erschaffen haben. Dazu sollen die Skoti auch noch von Moses eingeladen worden sein, ihn auf dem Exodus aus Ägypten zu begleiten, was die Iren als Verwandte der Israeliten darstellen soll, was im Mittelalter oft auch durchaus geglaubt wurde. Von Ägypten aus reisten die Skoti dann lange durch die Welt und ließen sich schließlich auf der iberischen Halbinsel nieder. Von der Frühgeschichte der Gälen geht die Erzählung dann zu den Invasionen von Irland über, die in sechs großen Landnamen ablaufen. Auch die erste und zweite davon sind besonders stark an biblische Geschichten gebunden. Als erstes wird so Käsir, die die Enkelin des biblischen Noah sein soll, von ihrem Großvater nach Irland geschickt. Bevor die Flut über die Welt kommt, warnt er sie und Käsir und ihr Vater sammeln viele Siedler und mit drei Schiffen machten sie sich auf zu einem Ort, der als Insel des Schicksals bezeichnet wird und eben Irland entspricht. Auf der schweren Reise dorthin gingen zwei der drei Schiffe aber unter und die einzigen Überlebenden waren am Ende nur 50 Frauen und drei Männer. Zunächst war es ihr Plan, dass sich die Frauen auf die Männer verteilen sollten, in der Hoffnung die Insel so langsam bevölkern zu können. Zwei der drei Männer versterben dann aber und nur noch Finthan Megbockra bleibt übrig. Er war ein Seher und Barde und als nun alle 50 Frauen auf ihn zukamen, ergriff er vor ihnen die Flucht. Er verwandelte sich in einen Fisch und in dieser Form versteckte er sich. Später wird dann noch berichtet, dass er noch weitere Formen angenommen haben soll und so viele tausend Jahre überlebte, bevor er wieder menschliche Form annahm und die Geschichte, die er erlebte, einem späteren Mönch erzählte. Käsir und die 50 Frauen sind damit allein. Und mehr noch, Irland war am Ende doch nicht vor der Flut sicher. Die große Flut kam und Käsir und ihre Siedlerinnen fanden alle den Tod und nur Finthan als Fisch konnte überleben. Für über 300 Jahre stand Irland dann wieder menschenleer, bis schließlich eine zweite Gruppe von Siedlern ankam. Partholon, ein weiterer Nachfahre von Noah und noch dazu ein Prinz aus Griechenland, führte eine zweite Gruppe von Siedlern dorthin. In Griechenland hatte er seine Eltern im Kampf um das Königreich ermordet und dabei sowohl ein Auge wie auch sein Glück verloren und hatte fliehen müssen. Nach einer sieben Jahre andauernden Irrfahrt war Partholon dann in Irland gelandet und besiedelte die Insel mit deutlich mehr Erfolg als Käsir. Sie förderten als erstes Gold, züchteten die ersten Rinder und brauten das erste Bier auf Irland. Unter ihnen findet sich auch der erste Lehrer, der erste Arzt und sie bauen auch die erste Taverne. Auf diese Weise brachten sie viel Zivilisation nach Irland und auch das Land bestellten sie und machten es urbar. Auf der anderen Seite aber begegnet sie auch als erste den Fomori im Kampf. Die Fomori oder auch Fomoria genannt, waren eine Gruppe von dämonischen, riesenhaften Wesen, die als monströse Seeräuber dargestellt werden und sich besonders durch ihr extrem hässliches Äußeres auszeichnen. Sie bewohnen Inseln und das Meer vor Irland und zwischen ihnen und Partholon und seinen Leuten kam es bald zur ersten Schlacht von Irland. Hier konnte Partholon den Sieg erringen, aber ihm und seinem Volk war dennoch der Untergang beschieden. 120 Jahre nach dem Tod von Partholon suchte so eine schwere Plage sein Volk heim und binnen einer einzigen Woche hatten sie alle den Tod gefunden. In einigen Versionen gibt es aber auch hier einen Überlebenden namens Tuan Mekarell, der sich ebenfalls mit Magie in einen Fisch verwandelt und damit der Plage entkommt. Auch er soll dann durch Gestaltwandlung viele tausend Jahre überlebt haben und später die Geschichte von Irland und auch die des Buchs der Landnamen an die Mönche weitergegeben haben. Nach der Plage aber war Irland erneut lange Zeit unbewohnt, bis eine dritte Gruppe eintraf. Die Nemeder, geführt von ihrem Namensgeber Nemeth, landeten auf Irland und bauten erneut eine Zivilisation dort auf. Sie kamen aus dem Land der Sküten mit 40 Schiffen, verloren aber alle bis auf eines auf der Überfahrt. Zentral, weil sie bei der Seereise einen goldenen Turm im Meer gesehen hatten und diesen unbedingt aus Gier erreichen wollten. Bei dieser Jagd nach dem goldenen Turm gingen alle Schiffe bis auf eines am Ende unter. Die Überlebenden kamen dann aber schließlich in Irland an, wo sie zwei große Festungen bauten. Hier kam es auch dazu, dass neue Seen aus dem Land hervorbrachen, während die Nemeder das Land mehr und mehr urbar machten. Durch sie und ihr Werk bekam Irland effektiv sein endgültiges Aussehen und wurde für die Landwirtschaft und Viehzucht bereit gemacht. Aber auch die Nemeder hatten wieder mit den Fomori zu kämpfen und schlugen drei große Schlachten gegen sie, bei denen sie allesamt siegreich waren. Eine vierte Schlacht ging dann aber schlecht für die Nemeder aus und sie wurden gezwungen, zu jedem Samhain schwere Tribute an die Fomori zu zahlen. Das wollten sie aber am Ende nicht auf sich sitzen lassen und geführt durch ihren großen Helden Fergus Lefterek stürmten die Nemeder den großen Turm der Fomori, den Thor Conight, auf der Insel Torrey. Dort gelang es Fergus, den Champion der Fomori, den Krieger Conan, zu besiegen, aber praktisch alle seine Kämpfer wurden dabei erschlagen und niedergemetzelt. Die 40 letzten Überlebenden der Nemeder mussten die Flucht ergreifen und Irland wieder verlassen. Durch diesen Sieg werden die Fomori manchmal auch als die vierten Eroberer von Irland bezeichnet, sind aber üblicherweise nicht Teil der sechs Invasionen. Ein Teil der 40 Überlebenden Nemeder ging danach nach Schottland, andere nach England, viele nach Nordeuropa und einige verschlägt es dann sogar bis nach Griechenland, wo sie aber versklavt wurden. Aus ihnen wurde dort das Volk der Fierbolik und nach einigen Generationen machten sich diese wieder auf den Weg zurück nach Irland. Ihr Name, Fierbolik, wird oft als Männer der Beutel übersetzt, da sie mit dreckigen Ledersäcken aus Griechenland geflohen sein sollen. Aber das Wort Volk wird manchmal auch als eine Ableitung von Burg oder Belgier interpretiert und die Fierbolik wären damit, auch wenn sie aus Griechenland kamen, eine mythische Version der ersten und frühesten tatsächlich keltischen Siedler von Irland. Geführt wurden sie bei ihrer Ankunft von einem Mann namens Dela, dessen fünf Söhne dann Irland unter sich aufteilten und sie ihren Reichen machten. Sie mussten dank der Vorarbeit ihrer Vorfahren Irland dabei nicht mehr urbar machen und bauten sich rasch große Reiche auf. Sie führten als erste auch das Königtum und das Rechtssystem von Irland ein. Hier zeigt sich zum ersten Mal auch die große Rolle eines heiligen oder gesegneten Königs, der in der keltischen Mythologie eine sehr große Rolle spielt und es ist die Macht des Königs, der Fierbolik, der für Regen und gute Ernte sorgt. Aber auch ihre Herrschaft dauert am Ende nur kurz an, denn bereits 37 Jahre nach ihnen traf schon die nächste Welle von Invasoren ein. Und dieses Mal waren es keine Geringeren als die Tuatha Deydanern, das große Göttergeschlecht von Irland. Auch sie sollen eigentlich Nachfahren der geflohenen Nemeda sein, die nach Norden gingen. Aber es ist auch klar, dass es sich bei den Tuatha Deydanern um vermenschlichte Götter von Irland handelt. Unter ihnen sind solch eindeutig göttliche Figuren wie der Daktar, die Morrigan, der Meeresgott Mananan Meglir oder auch ihr König Nuathu. Auch ihr Name lässt sich als Volk oder Stamm der Göttin Danu übersetzen und sie kommen von Wolken getragen aus dem Norden und beherrschen große Magie und kennen alle Geschichten der Druiden. Die Wolken ihrer Ankunft verdunkeln dabei die Sonne und sorgen für eine Sonnenfinsternis. Wobei es aber auch einige Versionen gibt, in denen die Tuatha Deydanern mit Schiffen nach Irland kommen, die sie dann an der Küste verbrennen und es ist der Rauch der Schiffe, der die Sonne verdunkelt. Mit sich bringen sie auch die vier großen Schätze der Tuatha Deydanern. Den Kessel des Daktar, der stets jeden sattmacht, der daraus ist und der Stein des Schicksals, der aufschreit, wenn der rechtmäßige Königin berührt. Sowie auch das Schwert von Nuathu, dem niemand entgehen kann und der Speer von Lu, deren Sieg garantiert. Diese göttlichen Angreifer trafen nun in der ersten Schlacht von Magthureth auf die Firibolek und besiegten diese und zwangen sie sich an die Ranggebiete von Irland und an die schottische Küste zurückzuziehen. Im späteren Volksglauben und in weiteren Geschichten wurden dann aus ihnen oft eher hässliche Feenwesen, die in Höhlen hausen. Der Kampf mit den Firibolek ging aber nicht gänzlich ohne Folgen an den Tuatha Deydanern vorüber. Ihr König Nuathu verlor in der Schlacht seine Hand. Als König war er damit nicht länger geeignet, da ein solcher stets unversehrt sein musste. Dazu hatten sie auch noch einen zweiten großen Feind. Die Fomori. Und diese waren noch einmal deutlich mächtiger als die Firibolek. Besonders gefürchtet war ihr Anführer, der mächtige Balor, dessen Blick allein schon ein ganzes Heer auslöschen konnte und der so gewaltig groß war, dass es vier Männer brauchte, um das Lied seines bösen Auges zu öffnen. Dies aber wurde stets nur auf dem Schlachtfeld getan, so gefährlich war sein Blick. Zwischen den Tuatha Deydanern und den Fomori gab es aber auch so manche Verbindungen und einige von ihnen kamen als Paar zusammen. Was auch noch einmal unterstreicht, dass auch die dämonisch erscheinenden Fomori ebenfalls eine Rolle in der vorchristlichen keltischen Mythologie gespielt haben könnten. Auch zwei Enkel von Balor gingen aus diesen Verbindungen zwischen Fomori und Tuatha Deydanern hervor. Zum einen der schöne, aber auch gierige und feige Bres und zum anderen der ebenso schöne, aber auch gute und starke Lu. Dieser kam bei dem Meeresgott Mananan-Meglir unter und wurde von diesem aufgezogen. Die Geburt von beiden hatte Balor eigentlich verhindern wollen, da es vorhergesagt wurde, dass sein Enkel ihn töten würde. Bres und Lu kamen aber trotz all seiner Versuche, es zu verhindern, zur Welt. Da Nuathu nun als König der Tuatha Deydanern wegen des Verlusts seiner Hand ausgeschieden war, musste ein Nachfolger gewählt werden und die Tuatha Deydanern ernannten tatsächlich Bres dazu, da dieser zunächst als sehr edel erschien. Rasch aber erwies sich diese Wahl als schlecht. Bres erlaubte den Fomori viel Macht über die Tuatha Deydanern auszuüben, aber auch besonders die Gier von Bres wurde er als sehr negativ beschrieben, da Freigiebigkeit als eine der größten Eigenschaften eines Herrschers gesehen wurde. Seine Gier und sein Mangel an Gastfreundschaft waren aber auch nicht ohne Folgen für ihn. Als er zum Beispiel den Barden Corbrae besonders schlecht behandelte, verfluchte ihn dieser mit beißender Satire, sodass er an seinem gesamten Körper einen roten Ausschlag bekam. Und schließlich konnte auch wieder die Hand von Nuathu durch Dian Kecht, den Gott der Heilung, wiederhergestellt werden und Nuathu erhielt von ihm eine silberne Hand, die aber ebenso gut funktionierte wie eine echte. Damit war er als König wieder unversehrt und fähig und Bres wurde vom Thron vertrieben. Dieser wollte aber seine Herrschaft natürlich nicht aufgeben und sie zurückhaben und so sammelte er dafür die Fumori und sein mächtiger Großvater Balor unterstützte ihn dabei. Nuathu herrschte unterdessen wieder gut und gerecht und Lu, Balors zweiter Enkel, kam zu ihm. Um Einlass zum Hof zu bekommen, musste er sich mehrfach beweisen und zeigen, dass er eine Fähigkeit hatte, die sonst niemand am Hof besaß. Lu zählt in dieser Szene seine vielen Talente auf, doch stets gab es bereits einen Meister jeder Art in Nuathus Gefolge. Da meinte Lu aber, dass man den König doch fragen sollte, ob er jemals einen Mann gesehen hätte, der alle Künste auf einmal beherrschte und damit konnte er Nuathu beeindrucken. Um sein Geschick dann noch ein letztes Mal zu beweisen, musste Lu noch jeden am Hof in einem Brettspiel namens Fithjel, was so viel wie hölzerne Weisheit bedeutet und mit Schach vergleichbar ist, besiegen. Da ihm auch das gelang, wird Lu bei Nuathu aufgenommen und bald erlangt er dort großen Stand. Als klar wird, dass die Fomori für den Kampf anrücken, soll Lu sogar den Krieg für den König führen. Bis zum Sieg über diese Feinde übertrug Nuathu ihm sogar die Herrschaft über sein Volk und als die Fomori dann zur Schlacht tatsächlich kamen, sammelte Lu die Truppen der Tuatha de Danan. Hier werden dann viele von ihnen und ihre besonderen Kräfte aufgezählt. Darunter sind erneut große Namen wie die Morrigan oder der Dagda und sie alle ziehen gemeinsam, geführt von Lu, in die zweite große Schlacht von Magtureth. Auf beiden Seiten waren hier die Verluste gewaltig, aber die Enkecht nutzte seine Heilungsmacht, um selbst die Toten der Tuatha de Danan wieder zu erwecken und ihnen damit die Oberhand zu geben. Auch Lu erweist sich erneut als ein mächtiger Kämpfer und treibt seine Seite voran. Die größte Gefahr ist aber natürlich der mächtige Balor. Sein Blick konnte Hunderte auf einmal töten und Nuathu hatte er bereits besiegt, als Lu im Kampf auf ihn traf. Als seine Diener gerade sein tödliches Auge öffnen wollten, schoss Lu einen Stein mit einer Schleuder auf ihn und er traf ihn mit so viel Kraft, dass der Stein das Auge durchschlug und es Balor durch den Schädel trieb und hinten wieder hinaus. Und dann traf der Stein noch sieben weitere Fomori tödlich. Durch Balors Tod ermutigt trieben die Tuatha de Danan die Fomori zurück und errang in den großen Sieg. Brees wurde dabei gefangen genommen, aber er konnte sein Leben retten, da er tatsächlich ein hervorragender Landwirt war und den Tuatha de Danan helfen konnte, das Land zu bebauen und die Ernten zu sichern. Und für diese Arbeit durfte er weiterleben. Besonders diese Schlacht und der Sieg der Tuatha de Danan über die Fomori wird als ein sehr alter Teil des gesamten Mythos gesehen. Der Kampf von Lu gegen Balor wird sogar als ein verbliebenes indoeuropäisches Motiv gesehen und mit Kämpfen wie den Titanen und den Göttern bei den Griechen oder den Vanen und Asen in der nordischen Mythologie verglichen. Doch auch die Tuatha de Danan, die nun über ganz Irland herrschten und über die Fomori und die Firboig waren nicht die letzten, die nach Irland kommen und es erobern sollten. Für fast 300 Jahre herrschten sie nun unangefochten und gründeten auch die große Stadt und Festung bei Tara, einem der wichtigsten Zentren von Irland und viele der vorkeltischen Monumente und Ruinen von Irland werden neben ihnen zugeschrieben. Dann aber kehrt die Erzählung zu den Gälen zurück, mit deren Frühgeschichte ja die gesamte Erzählung begann. Diese lebten ja inzwischen an der nordwestlichen Küste des heutigen Spaniens, eine Verbindung, die in der alten irischen Literatur sehr gerne und oft gemacht wurde. Dort erhielten einen Mann namens Golam, der aber meistens als Miel de Spanje, der Soldat von Spanien bezeichnet wird oder kurz einfach nur Miel genannt und Anführer der Gälen war, von einem Druiden eine Prophezeiung, dass sein Volk auf einer Insel namens Irland leben würde. Miel hatte vor und nach dieser Prophezeiung bereits ein bewegtes Leben. Bei den Sküten kämpfte er als ein General und als man ihn dort verraten wollte, zog er nach Ägypten weiter, wo er Pharao Nektanebus als Nächsten diente. Er machte sich dabei als General so verdient, dass er die Tochter des Pharaos heiraten durfte, die ebenfalls den Namen Skota trug. Wegen dieses gleichen Namens wird sie erhofft mit der ersten Skota, die zu Beginn des Lever-Gawala erwähnt wird, oft auch verwechselt. Auch sie soll dabei die Namensgeberin der Skoti sein. Dann aber erinnert sich Miel an die Prophezeiung des Druiden und entscheidet sich von Ägypten aus nach Westen zu segeln, um jene Insel zu finden. Zunächst kehrt er hier zurück in seine Heimat Spanien, wo er auch erneut einen Geschlachten gegen Feinde seines Heimatlandes schlagen musste, aber ebenso siegreich war wie stets. Schließlich aber sollte er selbst Irland nie erreichen und er starb, bevor er es finden konnte. Sein Volk, das nach ihm als Namensgeber, als die Milesianer bezeichnet werden, sollte es aber nach Irland schaffen. Breoghan, einer seiner Nachfolger, baute an der Küste einen großen Turm zur Verteidigung und von dessen Spitze aus erblickte sein Sohn Eith die ferne Küste von Irland übers Meer hinweg. Der Anblick der grünen Küste Irlands reichte dabei aus, dass Eith sofort Schiffe für eine Überfahrt bereitmachte und eine erste Expedition begann. Seine Fahrt aber scheiterte, da er an der Küste auf drei Könige der Tuatha de Danen traf und sie ihn töteten und seine Schiffe vernichteten. Nach diesem Verlust schworen dann seine neun Brüder und die acht mächtigen Söhne von Miel, Rache für ihn zu nehmen und bereiteten eine große Invasion vor, die aus 65 großen Schiffen bestand. Trotz der großen Erfahrung aber, die die Milesianer als Krieger hatten und der guten Bewaffnung, mit der sie kamen, waren die Tuatha de Danen und ihre Magie ebenso mächtig. Bereits bei der Überfahrt der Flotte kam ein lichter Nebel über sie und sie mussten Irland dreimal umsegeln, bevor sie es schafften zu landen. Dazu fanden auch noch zwei der Söhne von Miel, Erranan und Ir, den Tod auf dem Meer. Inzwischen hatten es die Milesianer schon sehr mit der Angst zu tun bekommen, als sie ankamen, aber Avargin, der Dichter, einer der Söhne von Miel und Anführer der Truppe, ging dennoch mutig als erster an Land. Eine erste Begegnung mit den Tuatha de Danen war dann auch siegreich für sie, aber der Ausgang des Krieges schien dennoch mehr als ungewiss. Dann aber kam es zu einem entscheidenden Treffen. Die Söhne des Miel trafen auf drei Göttinnen des Landes. Banwar, Eiri und Fondlar. Alle drei boten ihnen ihre Hilfe an, wenn sie die Insel nach ihnen benennen und sie damit zur Göttin des Landes machen würden. Avargin, der die Milesianer inzwischen anführte, entschied sich hier, Eirinnen unter den Rhein auszuwählen und ihren Wunsch zu erfüllen. Und so erhielt Irland auch seinen Namen als Eire, was bis heute der irische Name der Insel ist. Mit dieser Hilfe im Rücken marschierten die Söhne von Miel nach Tara und forderten die Tuatha de Danen, sich friedlich zu ergeben oder ihr Ende im Kampf zu finden. Noch nicht ganz für eine Schlacht bereit, entschieden sich diese für eine List und machten den Vorschlag, dass die Milesianer Irland erhalten würden, wenn sie es schafften, ein zweites Mal an der Küste zu landen. Sie sollten mit ihren Schiffen neun Wellen vor die Küste segeln und wenn die Tuatha de Danen es nicht schaffen würden, sie davon abzuhalten, zurückzukehren, so müssten sie sich ergeben und die Milesianer würden Irland ohne Kampf als ihr Reich erhalten. Avargin nahm dieses Angebot an und als sie wieder auf dem Meer draußen waren, beschworen die Tuatha de Danen einen gewaltigen Sturm, der ihre Schiffe davontreiben und versenken sollte. Avargin wandte dann aber seinerseits seine mächtige Dichtkunst gegen den Sturm und rief damit auch Eri als Göttin des Landes an und sie hielt ihr Versprechen. Eri beschwichtigte den Sturm und die Milesianer schafften es zur Küste zurück. Sie hatten damit eigentlich gewonnen, aber die Tuatha de Danen ergaben sich dennoch nicht. Noch in zwei weiteren Schlachten mussten die Milesianer siegen, bevor die Tuatha de Danen sich geschlagen gaben und ein Frieden geschlossen werden konnte. Die Söhne von Miel sollten von nun an über alles auf der Oberfläche von Irland herrschen, während die Tuatha de Danen alles unter der Erde als ihr Reich bekamen. Auf diese Weise wurde Irland aufgeteilt und die Tuatha de Danen zogen in ihre berühmten Hügel von Irland ein und wurden dort zu den Herrschern der Anderswelt. Ihre Hügel und Ruinen sind die Tore dorthin und sind als die Sheeth, die Feenhügel bekannt. Der Dagda wies dabei jedem der Fürsten und Fürstinnen der großen Tuatha de Danen einen davon zu und sie wurden später auch als die Ice Sheeth, das Volk der Feenhügel, bekannt. Die Milesianer unterdessen, die eben den irischen Kelten entsprechen, herrschen von da an über Irland und die Invasionen erklären so, wie die Kelten nach Irland gekommen waren. Aber es wird darin auch erklärt, wie die irischen Götter und andere Wesen auf die Insel kamen und wie diese Bewohnung gemacht wurde. Zugleich aber führt das Lewa Gawalairen die Landnamen von Irland eben in den Kontext eines biblischen Welt- und Geschichtsbilds ein. Mit dieser Sammlung sollten die alten Sagen und Legenden mit dem biblischen Weltbild und dem Geschichtsverständnis der Mönche in Einklang gebracht werden. Besonders die ersten beiden Landnamen durch Kessir und Partholon entsprechen diesem biblischen Bild. Andere Teile dagegen, wie die Ankunft der Tuatha de Danen und ihr Kampf gegen die Fomori spiegelt sehr alte Elemente wieder, die uns tatsächlich noch einen Einblick auf Reste von echten keltischen Mythen auf Irland erlauben. Und schließlich könnte ihm das Kommen der Firbolg und der Melesianer eine legendäre Version der Ankunft von zwei keltischen Gruppen, die anhand ihrer Sprache als P- und Q-Kelten unterschieden werden, darstellen. Die Rolle der Firbolg ist aber durchaus umstritten und auch das Kommen der Kelten nach Spanien entspricht wohl nicht ganz den historischen Tatsachen. Diese Erzählung aus Irland und auch entsprechende Geschichten aus Spanien stellen es zwar beide so dar, als wären die Kelten als eine große erobernde Gruppe nach Irland gekommen. Aber viel wahrscheinlicher ist eigentlich, dass dies nicht der Fall war. Das zeigt sich daran, dass die vorkeltische Bevölkerung von Irland nie wirklich verdrängt wurde und sich eine recht stabile Kontinuität dort zeigt. Ein mögliches Modell, das vorgeschlagen wurde, um diese Kontinuität zu erklären, ist, dass die einheimische, vorkeltische Bevölkerung nicht durch eindringende Kelten verdrängt oder besiegt wurde, sondern eher durch Kontakt und die Ankunft weniger kleiner keltischer Gruppen, deren Sprache und Kultur mehr und mehr annahm und dadurch schließlich einfach selbst keltisch wurde. Anstelle einer keltischen Invasion hätte man es damit eher mit einer Annahme der keltischen Kultur zu tun und die vorkeltische Bevölkerung wurde ganz einfach zu Kelten. Für das Weltbild der irischen Literatur aber erzählt eben das Lewar Gawalairen die Geschichte, wie die Kelten und vor ihnen ihre Götter und mythische Völker Irland zu ihrer Heimat machten und viele der keltischen Sagen und Mythen, von denen wir in diesem Projekt noch viele sehen werden, spielen sich eben in jener Zeit ab, als Kelten und Huatharedanen als Herren der Anderswelt sich Irland teilten. Und damit verabschiede ich aus dieser Folge zur keltischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss zu YouTube bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge der keltischen Mythologie. und ich sage